Ich weiß jetzt, ein guter Tag zu sterben. Und war es das, Dave? War es ein guter Tag zu sterben? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich tot war. Ich habe vielleicht irgendwas empfunden, ich weiß es nicht. Es war wie ein Traum, so wie man von Dingen trun, die im Gehirn gespeichert sind. Dein Gehirn war aber tot. Da tat sich gar nichts mehr. Ja, aber in den Nackenbahnen waren wahrscheinlich nur in der Tische und Blüse vorhanden. Das hätten wir auf dem Ebenen je gesehen. Dave, du warst tot. Also erzähl uns doch jetzt einfach mal genau, wie es war. Ja, aber in den Nackenbahnen waren wahrscheinlich nur in der Tische und Blüse vorhanden. Ja, aber in den Nackenbahnen waren wahrscheinlich nur in der Tische und Blüse vorhanden. Ich dachte, ich hätte schon genug gesehen. Ja, aber in den Nackenbahnen waren wahrscheinlich nur in der Tische und Blüse vorhanden. Das hätte ich nicht. Ja, aber in den Nackenbahnen waren wahrscheinlich nur in der Tische und Blüse vorhanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020